Glutsch, mein Gottverdammten Dick! Und jetzt wird erstmal in die Stadt gerannt. Hast du hier schon alles gelootet in deinem kleinen Hötchen? Aber natürlich. Ja, ich find ne Military West. War meint. Aber natürlich. Und ne AK, alles klar. Okay, ich hab vielleicht ein bisschen was ausgelassen. Ich hör Steps bei mir. Direkt vor mir ist er. What? Direkt vor mir ist er. Ja, ja. Okay, komm. Ah, ich seh ihn. Aus, aus. Ja ich verpöre. Ich verpöre die Pole. Ich verpöre die Pole, da ist. Nice. Ja. Ja. Nee, Mann. wollen wir den ruhe lassen und einfach runterlaufen da ist jemand bei der tankstelle oder manche stellen ähnlichen ding da hier vor uns direkt rechte linke denke also das was ja er hat mich gesehen er ist jetzt bei der mauer links Dommi, rechts vorne. Hast du mich geholfen, Robi? Ja. Den Kasten? Ja. Gut, alle weg. Wo sind die bei 110, hast du gesagt? Ja, da ist so ein Auto und links daneben so ein Stein dahinter sind sie. Ich bin geil. Der hat eine ABM, der Junge. Ich bin geil. Ich bin auch geil. Dreh dich wieder um. Ja, was machen wir jetzt? Ja, weiß ich. Wir sind in der Zone, ne? Wir werden jetzt vonlaufen. Er hat mich schon wieder noch. Ich weiß, wo er ist. Dieser Hurensohn. Aber ich brauche noch die Munition dazu. Ist es drin? Du klautst das an. Nein, es ist nicht drin. Oh ja, die sind ziemlich close. Oh, das Ding war nicht auf voll Auto gestellt. Ich kotze rein. Und dann an der Straßenseite. Ich komme zurück. Das ist nicht. Nevermind. Sag doch, die sind direkt da. Du hast selber gesagt, die sind close. Auf der anderen Straßenseite habe ich einen gesehen. Aber nicht direkt im Schuppen. Ich dachte, du meinst, dass wir damit close. Dass die am Schuppen sind. Nee, ich habe damit gemeint, andere Straßenseite. Dann habe ich einen gesehen, der direkt vor der Tür stand. Close ist nur immer so ein schreckbarer Begriff. Ja, closer als das, was sonst so um uns rum war. Tja, tut mir leid. Können wir jetzt vielleicht mal, anstatt zu diskutieren, definieren, wie die einzelnen Längen, Distanzen beschrieben werden sollen. Okay, wir sagen jetzt zu close, was weiß ich, du gehst 10 Schritte nach vorne und das ist close. Was ist, wenn ihr Meterangaben macht, for fuck's sake? 5 bis 10 Meter ist close. Okay. Sagen wir mal 10 bis 20 oder 5 bis 10? Ich sage 5 bis 15. Weil 5 Meter ist halt wirklich nicht viel. 5 Meter is on my body, okay? Sag doch die Meter, das geht einfacher, man. Bevor ihr jetzt streiten müsst, ja, ist 15 jetzt noch close? Oder da vorne? Aber mal einschätzen, ja, das könnten 16 Meter sein, die da weg ist. Mach doch keine Ahnung. Machst du hier. Ja, stimmt. Sag lieber close und werd dann abgeschossen. Nee, du musst vorher die Map öffnen, dann musst du die Quadrate abzählen. Du weißt, was aber schlimm ist, Michel? Du musst aber exakt gleich, äh, auf mir drufen. Ja, sagen wir mal close, 5 bis 15 Meter. Das kommt, das klingt ganz gut. Also wenn wir zum Beispiel jetzt in dem Haus... Kannst du mal bis 20 vielleicht auch sagen. Wieso schon wieder die Map? Weiß ich nicht, vielleicht denkt sich Blue Balls, dass wir die unbedingt spielen müssen, weil sie so viel Arbeit und Schweiß und Fick Scheiße in diesen Mist reingesetzt haben. Die haben mal kurz gewiggelt, dann hatten sie 20 Bucks drin, ne? Keiner hat's gejuckt. Und dann war die neue Map fertig. Ich glaube, ich muss mal den Voice-Chat anmachen, um den Leuten mitzuteilen, wie scheiße diese Map doch ist. Gilt nicht einer, die Map ist scheiß. Ja, genau. Das ist mir letztens mal passiert, ich habe ja eine Runde Solo irgendwann mal gespielt. Ich bringe einen um, auf einmal macht der Voice-Chat an und schreit mich zusammen. Ja, lass noch mal Minus, würde ich sagen, oder? Von mir aus? Warte, nicht. Lass doch auf Puerto runtergehen. Nee. Okay. Nee. Okay, Dad. Nee, also ich will die Runde eigentlich schnell beenden. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße, die geht mir hart auf den Puller, Alter. Ja, jetzt können wir einfach zur Lobby zurückgehen. Das wäre ja die einfachste Variante. Ja. Aber damit versauen wir uns die Statistik, ne? True. Du musst Campen untergehen. Du, dat. So, haben wir, haben wir Friends? Wir haben halt nicht mehr irgendjemanden hier. Fuck, ich geh zur Lobby, Alter. Scheiß drauf. Uffzi. Das ist zu hügelig, als dass wir das schnell schaffen. Ach, by the way, Fabi, du hast mal ein komplette Zweierwäste geschrottet. Hurensohn. Du hängst dich aber voll ins Feuer rein, Alter. Ich bretter da vor der Granate raus aus dem Fenster nach hinten weg, Junge, und du denkst dir erstmal so, was ist hier los? Ich denk mir so, oh shit, der hat ein richtig krasses Elf, und der merkt nicht. Ja, wir können auch schon gleich am Strand fahren, glaub ich. Ja, wir können auch schon gleich am Strand fahren, glaub ich. Jo. Äh, ja. Müssen wir aber eigentlich noch schaffen. Also das ist wirklich die schlechteste Zone, die wir hatten bekommen können. Jetzt wird der gleiche, oder? Oh, und jetzt ein Boat. Ja, wenn jetzt kein Boat kommen, sind wir tot. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh! Verchaff' ich! Okay, faisiel! Oh, jetzt kriegst du einfach einen Headshot rein. So, screw these guys. Go go Versteck mal ab von den Dänken. Oh, das ist gut. Dann muss sie hin ran fahren. Kannst du geschießen, oder? Ja, kann ich. Aber es ist halt schwer, wenn sie die ganze Zeit so runterklappt. Aber wenn die zurückschießen, dann haben wir halt auch ein Problem, ne? Gerade. Das sind zwei Boote, vor euch. Also fahren wir jetzt zu grün, oder was? Alter, was ist das denn für eine Scheiß, und ein Scheiß-Stock ist im Weg. Ich hoffe, die schießen nicht zurück. Oh, Nick, du bist, äh, Heirly low. Ja, ich kann aber auch nichts dran ändern. Aber schon, wo ist Plätze? So, da kann man auf dem Dings keine Vanishes nehmen. Ja, ich fahre. Ja, ich mein aber, wenn ihr Plätze tauscht. Geil mal nicht. Das sind zwei Sitzer. Ach so. Jetzt kann ich anscheinend doch schießen. WTF? Hey, jetzt sind wir live mit. Habt kein Boot gefunden. Habt ihr auch so'n schicken Jet-Ski? Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Michael, fuck die krassen Dodging-Mechanics aus. Au! Ja, da vorne. Da geht die jetzt halt ran. Das ist halt... Nicht so toll. Die sind bei allem bestimmt auch stink-sauer. Nice, habt ihr gut gemacht. Ja, die sind stink-sauer. Fuck. Ah! Nein! Ah! Okay, ich kann nicht drückschießen, das geht nicht. Hauptsache, ihr habt auf sie geschossen. Wir haben auf andere geschossen. Ja, das stimmt. Das macht's mir worth. Ja! Jawohl! Screw you! Was denn? Hört mir scheiß! Scheiß, das Ding ist ja alle! Was ist das? Ja, das ist einfach neu machen. Oh, hier ist er. Zoller gegangen? Knopped. Down. Okay. Was ist das? Ja! Hab ihn! Nein! Direkt neben mir! Oh, ich hab' einen Pistol. Fuck! Der hat's schon passiert gehabt. Der hat richtig gefressen. Ah, es ist AK! Ich hätt' ne Shot nehmen sollen nicht! Idiot! Die waren mit dem Auto langgefahren. Ein Typ war... Die sind hier oben drinnen. Im oberen... Weißen Haus, oberer Etage. Da waren wir gerade im Fenster. Äh... Okay. M9 und Sichel. Einer oder beide? Es sah aus wie zwei... Einer mindestens. Aber beide waren sie nicht. Bei jedem noch ein Auto und der Typ ist weggefahren. Jetzt können sie ihn dann. Kann ich dir jetzt nicht sagen, Alter. Ich geh' mal nach hier oben, ne? Wo steht's einfach YOLO hoch? Oh, hier ist einer. Hey, hier oben ist keiner mehr? Okay. Hier ist grad einer, die... Die... Den Balkon runter gehüpft. Den hab ich instinkt gefrackt. Ich glaub... Ich glaub einer ist noch oben drin hier. Einer muss noch übrig sein. Naja, hier oben steppt er. Der ist hier über mir. Warum ist eigentlich an so einer Stelle so viel los? Weil wir direkt rüber geflogen sind. Wurscht du den? Der ist hier in den Seitenraum drinnen. Der ist hier in den Seitenraum drinnen. Guck ich, ob ich ihn rausspringen sehe. Linke Seite. Echt ist er denn? What the fuck? Oh, hier ist er. Oh, hier ist er. Schick auch Schotti. Kriegst du denn? Wir sind jetzt in dem Raum hier drin, ja. Hat ein Hit? Der ist aber auch unlocked. Der ist aber auch unlocked. Ich hab vier... Du hast doch schon vier Leute umgeballert. Ja. Nein, bei uns waren es zwei. Bei Max und mir. Äh, von da hinten von... Ja, warte mal. Ich nehm mir kurz deine Waffe. Der hier hat nen Scope noch gehabt. Ja. Wurscht jemand übers Feld. Ja. Die Womp ist scheiße, alter. Ich hab noch acht Schuss. Ja, wir pushen den weg. Aber komm. Auto ausstellen und das geht's. Auf. Fabi, hast du ne Waffe? Irgendwann nicht. Das ist ein Schottgerl kann ich dir geben, Nick. Er hat halt nur Fäuste so. Alles ist wirklich besser. Ja, ja. Warte mal, komm. Wir gehen mal hier kurz den Dicken. Vielleicht triffst du ja an Miracle Head Shop. Warte, aber ich muss sagen, so Nicks Charakter ohne Rucksack mit Zweiermeste sieht schon ganz gut aus. Und, äh, warte. First Aid? Was ist First Aid? Komm, nimm einfach. Äh, ja. Ich hab noch nichts aufgesammelt, so. Soll ich... Soll ich mal jebaten? Du fixt ihn? Ich hab keine Ahnung, ob ich das machen kann, aber probier mal aus. Ich hab auch gar keine Ahnung, wo er ist. Ja, auch nicht. Hinter dem, hinter dem Dingens. Heu-Ding, glaub ich. Heu-Bein? Ja. Ich push auch mal mit. Back im Count, Beck. Zwei Kills. Ja, ich hab doch noch mehr Munition eingesammelt, oder? Ja, ich hab doch noch mehr Munition eingesammelt, oder? Doch kann ich nicht aufnehmen. Warte, fünf und sechster, kann ich nicht aufnehmen. Ja, ja. Brauch ich, brauch ich. Durch die AK. Was ist das? Das ist der Fall. Rekord jetzt. Den decken, du Schwein. Ich konnte den jetzt nicht aufnehmen. Da ist einer links von dir. Links, links am Tor. Heu-Ding, der ist da. F*** AK-Scope, Alter. Das ist urz. Wahrscheinlich. Ne, der war schon vorher da. Nein. Nick, du kannst mal den First Aid, bitte. hast du noch hast du noch munition die kleber nick warte ich hol die muni wo ist er weiß ich nicht hast du irgendwo da hingeschmissen got it got it got it gib ihm die ich dachte meine tastatur hätte sich wieder umgestellt oh da ist einer wo erzählt ok luca weißt du dann nimmst du das hier einfach jemanden taktiker hast du sowas noch mal oder warum fabian ne weil ich auf der akka keinen schalldämpfer spiele ich bin da kein retard ach so braucht man einen compensator oder was ich dachte dies oder so scheiße ne damit ist sie vielleicht grad so gut wie m16 der compensator aber die macht ja auch nicht mehr damage oder so ne doch die macht mehr damage auch aber so viel wie m416 also wow mk macht so viel damage wie m416 und warum soll der m416 mehr damage als der m16 machen frage luca unter weil der m416 hat der hammer herde auf die patrone haut und dann werden wir raus gefeuert ja das ist halt so nonsens vor allem wenn m16 ist ja sowas geht ja eher richtung dem eher so wenn die dann mehr damage machen würde ok ja so naja lassen wir das ja aber es ist logisch bei m416 wird in deutschland hergestellt die steht die schießt doch mit kopfstein ne ich bin auch bei der m416 glaub ich dran Germans do things properly sch accent ja ja aggla die zwei bänke noch nicht rast aus bain nicht egal assiv Braucht jemand 7-6-2er Munition? Ich kann euch den ganzen Damen verliefern. Nö. Nur Schuss, Junge. Nö. Braucht jemand M16? Nö. Äh, ich würd nur zweiter M16 nehmen. Nee, Spaß. Äh... Ah no, ich glaub ich spiel so oder einfach mal AK. Ja, mach ich mit, Fabi. Nö. Dann wird das wohl kein Chicken-Dinner. Nö, easy. Guck mal, ich würd's gut von dir drauf gehen. Warum liegen hier nur T-Shirts auf den Gräbern, Mann? Gebt den Toten Waffen. Hehehehe. What? Oder... Manage oder Painkeller oder so. Irgendwas, was ihr gebrauchen könnt in ihrem nächsten Leben. Mein Helm, brauch ich mal. Zwei Helm, könnt ich auch... Wieso guckt mich da eigentlich ein Asiater an, der genauso aussieht wie ich? Das ist mein Bruder. Das ist ein langverschallener. Mein Bruder. Oh, komm. Falsch ausgedraben. Mein Bluder. Bludel. Bludel. Mein Bludel. Mein Bludel. Oh Mann. FPS gehen auf 60 runter, wenn ich in Richtung Stadt schaue. Ich glaub, können wir uns hier so aufs Dach legen? Ja, wenn sie uns von hinten ficken, ist halt scheiße, ne? Ich weiß ja nicht. Also ich mein, aufm Berg kommen sie ja glaub ich nicht drauf. Ja, sie können von da kommen. Von... Ja, das stimmt. Von... 245. Arme Snackbahn, Mann. Wenn ich gerade vier hinlegen und einfach in die Richtung gucken. Seid ihr da hingekommen? 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 Ja. 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 Die Türen, die unten drin auch nicht. Aber nur Mitte durch. Da ist einer. Oh! Hab ihn auch down? Noch einer? Unter dem Dünner hat hart gefressen wie seine dreckige Mutter bei McDonalds. Hab ihn, hab ihn, er ist direkt down. Alle tot? Ja, alle tot. Einmal Voice-Chat anmachen und... What the fuck, Alter. Dreierbeste nehme ich. Ist mir. Das war halt ein Schrei. Von wegen, heil dich, du Fotze. Aber wenn ich schrei, dann ist mein Hals hin. Und meine Schwester wird wach. Und meine Mutter steht hier mit einer Pen in der, äh, Zimmer Tür. Du Hure Sohne. Lol. Toll. Von deinem warmen Sand. Wo jetzt? Da gehe ich hin. Bei Geld markiert. Orange. Orange. Geh, ich fliegen weiter. Gehen alle da runter, irgendwie? Ach du Scheiße. 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 Ach so, wir hätten Shooting Range gehen sollen. Ach, ich dachte nicht, dass das so viele Leute sind. Oh nein, nicht auf dem Dach landen, wo ich landen will. Oh, die sind richtig close, die Jungs. Ja. Die sind super close. Waffe, 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 Waffe. Gib mir, Gun, Gib mir, Gun. Gib mir, Gun. Die Not ist nicht gerendert. Scheiße. Mach jemand schon mal eine ordentliche Karte. Ich nehme mich nicht. Huh? 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 Warum? Gott. Vor allem, er hat Autismus geprockt. Oh Mann. Ich habe nichts mehr gehabt. Überall lieb so ein Afro-Kopf um mich rum und ich wusste nicht, woher der kommt. Oh Mann. Ich habe es getan. Nein, ich habe es nicht getan. Oh Mann. 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 Ich dachte, du gibst ihm zumindest einen Schuss. Ne, du drehst dich rum, bückst dich und setzt dich in den Öffel ein. Das funktioniert ein Shooter nicht. Ich habe keine Waffen. Ich gucke noch mal in der Führer, Mann. Ich gucke noch mal in der Führer, Mann. Ah. glory틱 succxtII Ich habe den 1 www . Ich hab den einen K.O. mailing geschlagen Also ich habe wieder geklackt, ich weiß. Ja, ich wollte sagen, das war die Runde. Äh, hier... Der Zweierwässer liegt bei mir. nein ich komme dahin oder michael kommt ein gerannt das sehe ich noch nicht so ganz er würde sie jetzt oder müsste sich dazu weiß man möchte sie haben ja aber wenn du selber noch keine hast dann in das ding ich würde jetzt empfordert gelassen aber okay eigentlich müsste ich es nehmen die schießen mehr immer in die brust und nicht im kopf und hier ist einer drinnen was das ist unlucky hast du immer ficken den eindringling wir spielen noch mit normal für 96 anderen leuten kann das mal passieren wenn man sich zu weit vom hudel entfernt ja noch so richtig sessy okay Aber warum kämpft man in so einer kleinen Pissbude? Wollen wir eine Granate rein und kundern lassen? Hallo! Hier ist doch gar niemand, Viktor. Das ist gar nicht, was du hast. Was hast du für Gehörn? Ja, ja, also dieses Roten Kopf-Symbol von meinem Namen spricht Bände, ne? Du musst die Waffe auch richtig vom halten. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr das in einem anderen Raum sitzt. Oh nein! Er ist hier! Er ist hier! Er ist hier! Diese scheiß Doppeläufige ist scheiße! Der hat mir mit der Schottie ins Gesicht geschossen. Weißt du? Ich hab ne Doppeläufige mit Choke! Und ich schieße ihm in die Fresse aus einem Meter Entfernung und er überlebt es! Ähm, wie machen wir das jetzt am blödest mit der Zone? Laufen. Wollt grad sagen, also... Am dritten Karschuss kann er auch mal umfallen, ne? I'm running. Das war grad... Alter Vater! Wir haben heute noch ne Smoke hier für den Weg. Eigentlich müssen wir direkt durchlaufen. Ja, ja. Ja, ist einfach durchlaufen. Also, mein... Gleich zum Beat Crouchen. Mein, äh... Wenn einer von euch einen Zweierhelm sieht... Ah! Alter! Was? Ich glaube eher, dass die vom Berg aus auf sich geschossen haben. Außer hat es vielleicht so einen 5000er Ping, nur dann... Oder die anderen. Ehele, Digga. One Wave. Bugs, Leinke. Buggy! Links an uns! Zu dem Beat kannst du gut Crouchen. Kannst du auch zu dem Beat Crouchen? Komm! Hey! Ne, dazu müssen wir die Frühe gehacken. Wir haben ja eine Musik noch gemacht, oder? Okay. Da waren nämlich... Gegner Richtung Westen. Im Buggy. Das heißt Tryhard. Hab ich gesehen. Ja, schön. Die haben auch geschluckt gehabt. Ja, wir werden uns jetzt erwarten. Ne, also ich glaube, ich brauche die Musik zur moralischen Unterstützung. Okay. Ja. Ja, weiter, wir brauchen einen besseren Moralboost. Ha! Geil! Ich bin gerade nur noch wieder. Hahaha. Und das geht ja rechts. Und das geht ja rechts. Nehmt diesen Compound ein. Hier, Artillerie, Feuer. Feuer, die Mörser ab. Feuer, die Mörser ab. Feuer, die Mörser ab. Die Werden beschossen. Feuer zurück. Feuer, die Mörser ab. Wir bekommen Schuss aus Nordwesten im Wald. Oh Scheiße! Der Feind! Er zeigt sich! Bleibt stand auf Kameraden! Der Feind im Nordwesten wie Belgier, sie greifen an! Oh nein! Wo sind sie? Oh Scheiße! Der Russen aus dem Osten, der kräft auch an! Nein, ihr sagt mir nicht, ihr bekommt das nächste! Okay, nein, nein, nein! Es geht hier nicht! Er hat einen Hit! Wir müssen weitermachen! Ich bin bald out of ammo, um ehrlich zu sein! Oh Scheiße! Ich habe keinen Heldesnack mehr nicht mehr! Wie kannst du das verstehen? Das war zu wichtig! Ich bräuchte medizinische Unterstützung! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh ja, so gut! Ist doch so. Ich brauche eine Beziehung zu sehen! Das tut so! Musik Weiter gehts! Weiter gehts! Auf der Fläche wird gestört! Feuer! Haltet euch nicht zurück! Der Feind! Der Kaiser! Oh nein, Kameraden! Ich bin hinter einem Busch! Oh shit! I'm growling! Oh no! Ja! Mission failed! We'll get up next time! Schon wieder eine AK. Langsam wird's lächerlich. Langsam wird's langweilig. Wär ganz geil. PUBG! Ich hab auch schon zwei AKs gewünscht. I don't know, irgendwie kaufen sich die Rednecks hier, die Russen hier. Gut, ne? Ja, gut. Macht's Sinn, ne? Ja!